Spazi hat sich auf Twitter bereits entschuldigt, und sich dabei zugleich als schwul geutet. Für diese Verquickung wurde er hart kritisiert. Was wird Spazi vorgeworfen? Muss er rechtliche Konsequenzen fürchten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Skandal um Käfin Spazi finden Sie hier. Was wird Spazi vorgeworfen? Rapp erhob die Vorwürfe in einem Interview mit Butzfet. Er sei 1986 von Spazi zu einer Party in dessen Apartment in Manhattan eingeladen worden, so Rapp. Er sei damals 14, Spazi 26 Jahre alt gewesen. Weil Rapp auf der Party niemanden kannte, habe er sich aus Langeweile in Spazis Schlafzimmer zurückgezogen. Dort setzte er sich dem Artikel zufolge auf die Bettkante, um fern zu sehen. Als alle anderen Gäste schon weg gewesen seien, sei Spazi betrunken in der Tür gestanden. Spazi habe ihn hochgehoben, und auf das Bett gelegt, dann habe er sich auf ihn gelegt, und und ihm sexuelle Avancen gemacht. Er hat sich auf mich gedrückt, sagte Rapp. Kurze Zeit später sei es ihm gelungen, sich herauszuwinden, und die Wohnung zu verlassen. Wie hat Käfin Spazi auf die Vorwürfe reagiert? Auf die Anfragen des Journalisten von Butzfet reagierte der Schauspieler dem Artikel zufolge nicht. Nach Erscheinen des Beitrags äußerte sich Spazi auf Twitter. Ich bin mehr als bestürzt, diese Geschichte zu hören, schrieb er. Er erinnere sich wirklich nicht mehr an den von Rapp beschriebenen Vorfall, weil die Sache mehr als 30 Jahre zurückliege. Aber wenn er sich so verhalten habe, wie es Rapp beschreibe, dann schulde er ihm eine ernsthafte Entschuldigung für dieses absolut unangemessene Verhalten in betrunkenem Zustand. Rapps Bericht habe ihn veranlasst, auch über andere Dinge in seinem Leben öffentlich zu sprechen, schrieb er, und hutete sich als schwul. Ich habe in meinem Leben Beziehungen mit Männern und Frauen gehabt. Ich habe immer wieder Männer geliebt, und hatte romantische Begegnungen mit Männern, und jetzt habe ich mich entschieden, als schwuler Mann zu leben, schrieb Spazi.